Sehr coolen Fahrzeuge. Geil gut. Ich hab'n Rot getrunken. Mercedes-Benz. Sehr schön. Das ist ja cool. Das sind ja auch schöne Fahrzeuge. Merksam, dass du kannst nicht reinhocken. Dann kannst du ein Foto machen. Super. Diesmal Fahrzeug reinhocken. Schau cool aus. Alles schön bequem. Aufrottfahrzeug. Na ja, gut. Ich hab' heute eine Merkung, ob die Autofitik haben müssen. Wie gestern. Voll cool. Das ist das Fahrzeug. Jo. So, aufs nächste. Wer möchte als erstes Fahrer sein? Ja. Wie sind die drei Fragezeichen? Darf ich in unsere Karte überreichen? Ja. 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 Untertitelung. BR 2018